Liebe Mitglieder, Freunde und Partner der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz! Unsere Universität blickt in diesem Jahr auf ihr 75-jähriges Bestehen zurück. Das Leitwort Ud omnes unum sind, das alle eins seien, unter dem die JGU feierlich wiedereröffnet wurde, zeichnet sie bis heute aus. 75 Jahre nach ihrer Wiedereröffnung spiegelt sich dies in einer lebendigen akademischen Gemeinschaft, einer internationalen Studierendenschaft und einem einzigartigen Campus wider. Die Universität als Gemeinschaft der Forschenden, Lehrenden und Lernenden tatsächlich zu leben, gehört zu unserem Selbstverständnis. Gerade dieses Selbstverständnis wird durch die Corona-Pandemie enorm herausgefordert. Kein anderes Ereignis hat die Forschungsaktivitäten und den Lehrbetrieb unserer Universität seit ihrer Gründung so maßgeblich berührt wie die gegenwärtige Situation. Nie zuvor mussten sich die Mitglieder unserer Universität so rasch und so umfassend auf geänderte Rahmenbedingungen des universitären Miteinanders einstellen. Das macht es umso wichtiger, sich im Jubiläumsjahr 2021 unseren Leitspruch Ud omnes unum sind immer wieder bewusst in Erinnerung zu rufen. Ein Blick in die Universitätsgeschichte zeigt, dass die JGU von Beginn an ein Lichtblick in dunklen Zeiten war. Die Wiedereröffnung der Universität im Jahr 1946, nur ein Jahr nach Kriegsende, hatte eine wegweisende Bedeutung und eine weitreichende Wirkung für die vom Krieg fast völlig zerstörte Stadt Mainz. So sprach die Öffentlichkeit schon bald von einem Mainzer Wunder, eine beeindruckende Entwicklung. 75 Jahre später schenkt ein anderes Wunder von Mainz, der von den beiden JGU-Kollegen Özlem Türici und Uwe Sahin entwickelte Corona-Impfstoff den Menschen auf der ganzen Welt. Hoffnung im Kampf gegen das Coronavirus. Nichtsdestotrotz wird die Rückkehr in den gewohnten Universitätsalltag auf absehbare Zeit nur eingeschränkt und distanziert möglich sein. Das hat auch Auswirkungen auf die Jubiläumsfeier. Ein Veranstaltungsprogramm in gewohnter Form ist leider nicht möglich. Es entspricht dem Selbstverständnis und der Verantwortungsbereitschaft unserer Universität, bei der Gestaltung unseres Jubiläums den besonderen Bedingungen Rechnung zu tragen. Vor diesem Hintergrund lädt die JGU ein zu einer Corona-konformen Reflexion ihrer Geschichte seit der Wiedereröffnung im Jahr 1946. Rechtzeitig zum Gründungsjubiläum am 22. Mai wird eine neue 800-seitige Universitätsgeschichte vorliegen, die die Entwicklung der Universität in der sie umgebenden Gesellschaft nachzuzeichnen versucht. Daneben wird es eine digitale Reise durch die letzten 75 Jahre geben, die in den Besucherinnen und Besuchern mit vielfältigen Formaten und Kanälen Einblick in die Themenvielfalt der Volluniversität eröffnet. Ein Fokus richtet sich dabei auch auf die Gutenberg-Alumni, also Absolventinnen und Absolventen der JGU in Deutschland und in aller Welt. Weitere Beiträge zum Jubiläum, wie unsere Jubiläumsausstellung zur Architektur auf dem Campus oder ein Festakt im Landtag von Rheinland-Pfalz werden ebenfalls digital zugänglich sein. Auf diese Weise wird die Universität im Jubiläumsjahr weitgehend unabhängig vom Infektionsgeschehen in ihren vielen Facetten für alle erlebbar. Gerade zur Feier des 75-jährigen Bestehens der JGU in diesen außergewöhnlichen Zeiten wollen wir uns einmal mehr daran erinnern, wie sich unsere Universität von ihren ersten Anfängen in einer ehemaligen Wehrmachtskaserne zu einer großen und forschungsstarken Universität mitten im Herzen Europas entwickelte. Denn dies ist und bleibt auch oder gerade in diesen Zeiten ein Grund zum Feiern.